Daniela Kleiser, wenige Tage hier vor der Ironman 73 Weltmeisterschaft in St. George. Du warst letztes Jahr noch als Aidgrouperin unterwegs, hast dir die beste Zeit aller Athletinnen hingelegt. Was bedeutet das für dich bei deiner ersten Pro-Weltmeisterschaft? Ja, also grundsätzlich freue ich mich einfach riesig auf mein erstes Profi-Weltmeisterschafts-Debüt sozusagen. Und ja, ich gehe da total entspannt rein irgendwie. Ich bin ja das erste Mal hier als Profi und eigentlich ist es cool, dass ich letztes Jahr schon da war, weil ich kenne hier alles. Die Strecken kenne ich und fühle mich hier auch super wohl. Und deswegen gehe ich eigentlich echt total entspannt rein und schaue, was am Ende bei rauskommt. Freue mich einfach voll drauf. Ja, du sprichst es an, die Strecken, du kennst sie. Beim Schwimmen und auf dem Rad hat sich nicht allzu viel geändert, aber beim Laufen sehr wohl. Also die Höhenmeter wurden ja stark reduziert. Du bist eine starke Läuferin, was bedeutet das für dich? Ja, für mich bedeutet das, also starke Läuferin heißt immer starke Läuferin. Klar, Höhenmeter kommen mir schon entgegen. Ich bin leicht und schnell, auch bergauf. Aber ja, das bringt mich jetzt nicht um und bringt mich auch nicht aus dem Konzept, dass das jetzt weniger Höhenmeter sind. Ich bin ja trotzdem eine gute Läuferin und auch im Flachen bin ich gut. Genau, das wird sich nicht viel tun. Jetzt sind hier auf der Startliste stehen 65 Profiathletinnen. Was für eine Platzierung müsste rauskommen, dass du hinterher sagst, das war ein richtig gutes Rennen? Also ein richtig gutes Rennen und wo ich mich total selber abfeiern würde, schätze ich, wäre, wenn ich eine Top Ten machen würde, bei dem krassen Starterfeld. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein wirklich, wirklich starkes Feld. Rechne ich nicht mit einer Top Ten, deswegen wäre das für mich außerordentlich gut. Und ja, aber ich möchte mir da auch keinen Stress machen und mir überhaupt keine Vorgaben setzen, sondern ich gehe einfach da rein, schaue, was da rauskommt und dann werde ich sehen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du das Rennen vielleicht im Kopf schon mal durchgespielt hast. Wie könnte es aus deiner Sicht ablaufen? Also Lucy Charles Barkley ist dabei, als sehr starke Schwimmerin, könnte das Feld sehr weit auseinanderziehen. Du kommst meistens eher dann am Schluss. Was glaubst du, wie wird sich das Ganze entwickeln? Naja, im Kopf spielt man es natürlich schon mal durch. Ich werde sehr spät aus dem Wasser kommen, schätze ich, auch weit hinter Lucy Charles. Da bin ich einfach nicht von der Schwimmleistung her, das weiß ich auch. Und deswegen kann ich da schon vom Kopf her auch so reingehen, dass ich ja genau weiß, okay, mein Fahrrad wird eins der letzten sein, was in der Wechselzone steht. Und ich weiß aber, wie radstark ich bin. Ich weiß auch, was für einen Sprung ich beim Radfahren gemacht habe. Und verlasse mich auch ganz sicher da drauf, werde dann mein Ding fahren und dann werde ich schon sukzessive aufholen. Die ein oder andere Athletin werde ich da hinter mir lassen können. Und dann beim Laufen werde ich schon sicher meine Rakete zünden können und mal schauen, wie viel ich dann noch gut machen kann. Ja, je nachdem, wie die Temperaturen jetzt sind, vielleicht ändert sich auch noch was an den Schwimmstrecken oder am gesamten Wettkampfablauf. Ich werde sehen, was passiert. Klar, jedes kürzere Schwimmen würde mir entgegenkommen, aber ich gehe davon aus, dass wir 1,9 Kilometer schwimmen. Und dann, klar, das Szenario habe ich durchgespielt. Jetzt stehen wir hier am Eingang vom Snow Canyon, sicherlich einem der Highlights auf der Strecke. Sehr steiler Anstieg. Was sind für dich die Punkte an der Strecke, auf die du dich besonders freust? Ja, eigentlich unter anderem der Snow Canyon. Eigentlich werde ich mich auf jeden Anstieg freuen, weil ich Anstiege gerne mag und gut fahren kann. Ja, beim Radfahren sowieso die ganze Strecke, die Kulisse hier, das ist einfach der Wahnsinn. Und ich finde es auch so schön, jetzt schon Rad zu fahren und einfach diese Weite zu genießen. Und ich versuche das auch im Rennen so zu machen, weil dann, also Triathlon bedeutet für mich einfach immer noch auch Spaß. Und das möchte ich auch mitnehmen und das genießen. Und das ist für mich ganz wichtig, weil, wie gesagt, es ist meine erste Profi-WM. Und ja, da gilt es für mich auch ganz viel Spaß und Freude mitzunehmen und das Beste draus zu machen aus dem Tag. Snow Canyon ist insofern auch ein gutes Stichwort. Snow, Schnee. Es gibt Athletinnen, die haben schon Bilder mit Schnee gepostet. Nicht ganz direkt hier aus St. George, aber in der Nähe. Es ist ganz schön kalt hier morgens. Ja, es ist wahnsinnig kalt. Und wie schon gesagt, also am Rennmorgen soll es voraussichtlich ein bis zwei Grad haben. Ich bin gespannt, was sie entscheiden werden. Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Da bin ich mir ganz sicher, auch um die Athletinnen zu schützen. Ja, aber wir werden sehen, was da kommt. Und ich habe damit nicht gerechnet, dass es so kalt ist. Ich habe auch meinen Koffer gepackt mit lauter kurzen Sachen. Muss jetzt schon ein bisschen shoppen gehen, um mich da ein bisschen wärmer einzudecken. Aber ich hatte schon ein Kälterennen in Dresden. Und das habe ich auch geschafft. Und deswegen werde ich das hier schon auch schaffen. Jetzt geht auch langsam deine erste Saison als Profiathletin zu Ende. Wie bewertest du diese Premiere? Ja, also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es ging wahnsinnig gut los, schon auf Mallorca. Mit einem sechsten Platz habe ich dort ja überhaupt nicht gerechnet. Und von da ging es ja eigentlich nur noch bergauf. Ich habe dann nur noch Top-10-Platzierungen gemacht, beziehungsweise Top-5-Platzierungen. Hatte in Dresden mein erstes Podium. Ich glaube, ich bin gut angekommen im Profifeld. Und ja, das hier jetzt mit den vielen, vielen sehr, sehr guten Startern wird ein absolutes Messen von allen Top-Athleten. Und ich freue mich mal einsortieren zu können, wenn wirklich alle Tops am Start sind. Klar, ein paar sind nicht da, die jetzt in Hawaii gestartet sind. Eine Laura Philipp ist nicht da, eine Anne Hauck ist nicht da. Ist schade. Gegen die würde ich auch gerne mal racen. Würde mich auch voll freuen, wenn das nächste Jahr dann mal zustande kommt. Aber es sind schon viele sehr gute Athletinnen da. Und das Endergebnis wird mir zeigen, wo ich unter all den wirklich Top-Top-Top-Athletinnen stehe. Du hast deine Rennen angesprochen. Platz 6 auf Mallorca, Platz 4 Zell am See. Und dann am Ende, kann man sagen, dann auch der Podestplatz beim Ironman 73 in Dresden. Was war für dich bisher das persönliche Highlight dieses Jahres? Ich muss sagen, tatsächlich Zell am See. Weil es für mich ein schwaches Schwimmen war und ich schon mental irgendwie mit mir gehadert habe. Vorher war Dresden abgesagt und ich hatte innerlich so Bock zu racen und einfach mal wieder Gas zu geben. Und dieses schlechte Schwimmen hat für mich irgendwie mental schon viel ausgemacht. Und dann habe ich mich echt aufs Rad gekämpft und habe mich da richtig vorgepusht und hatte die zweitbeste Radzeit. Also um 20 Sekunden, das war echt nicht viel. Und dann hatte ich einfach super Laufbeine und das war ein wahnsinns Rennen. Und ich glaube auch die Finishline-Bilder, die dort entstanden sind, haben wirklich gezeigt, dass ich da einfach mal wirklich alles rausgelassen habe und auch super glücklich war, dass am Ende ein vierter Platz rausgekommen ist. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Am Freitag ist das Rennen. Was machst du an den letzten beiden Tagen davor? Was steht da noch auf dem Trainingsplan? Ja, nicht mehr viel. Ich werde mich jetzt schon erholen und ein bisschen so aktivieren, ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen, ein bisschen Schwimmen. Ja, dann Carbo-Loading ist wichtig. Und ja, dann schauen, das sind halt viele Termine wieder mit Athlete-Briefing. Und ja, muss mal schauen, dass man sein Bike eincheckt. Und ja, das werde ich alles noch machen. Ich glaube, die zwei Tage davor, man denkt immer, man könnte sich da wahnsinnig erholen. Aber irgendwie ist ein Tag vorm Rennen bei mir immer alles. Oh ja, ich muss da noch hin und dort noch hin und das noch machen. Und bis ich mal ins Bett komme, ist dann auch ewig. Alles klar, wir wünschen dir alles Gute für, wie gesagt, dein erstes WM-Rennen als Profiathletin. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann an der Finishline nochmal. Vielen Dank.